Die Corona-Impfung kann Nebenwirkungen haben. Es wird, wie bei anderen Impfungen auch, Leute geben, die nach der Impfung etwas spüren. Bei der Corona-Impfung ist es so, dass die Leute, die Nebenwirkungen haben, vor allem würden sich grippelig fühlen, sie könnten Fieber bekommen, Gliederschmerzen, Kopfweh, Unwohlsein. Man hat in der Studie gesehen, dass das auftreten ist. Das dauert in der Regel ein bis zwei oder drei Tage und ist nachher wieder vorbei. Man ist wieder gesund, das ist auch nicht gefährlich. Es ist ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem die Impfung verarbeitet hat und auch gearbeitet hat und den Schutz aufgebaut hat.